Aber ich hatte nur Stream an, ich hab jetzt noch Aufnahme gestartet. Das muss einfach sein, weil es wieder so einer reinkommt. Wie einfach reinkommt? Alter, ich bin dein scheiß Stream nicht mehr an. Ja, ich hab dir doch einen Link in TS geschickt. Ja? Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Ich hab nichts bekommen. Lol. Hier nochmal. Uriana ist AFG gegangen. Ich glaub, das war dieser Typ von grad eben. Ich hab immer noch nicht bekommen. Herr Harbert, was zur Hölle war das? Das war bestimmt so einer, der in der Stream grad guckt. Weil du hast ja gesagt, zweijährige Franzosen. Zwölfjährige, ja, ja. Ah, dieser Set, glaub ich. Was für Set, Alter? Ich fick deinen Set, Alter. Scheiß Himmelfresse. Hässiges Gesichtskind, Alter. Oh, war das nicht? Die Ari, die so schlecht war letzte Runde. Ey, ey. Guck, guck dich mal wenigstens Pimmelberger Gesicht, Alter. Ich kann wenigstens LOL spielen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre dich, Alter. Ich schwöre dich, Alter. Ich mach so mit dir. So, so, so was mit dir. Oh, ich hab das in der Aufnahme. Alter, ich find deinen Scheiß Dings nicht. Just playing LOL. Cool. Äh, ich hab immer noch keinen Link bekommen. Ah. Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, Noob. Du Flamer, komm mal wieder rein. Ich will meine Aufnahme. Komm, chill in meine Aufnahme. Wenn der Ari kommt, die ihn dann spielen kann. Dann auch noch in LOL Pimmelfresser. Oh, cool, ey. Dann auch noch, wenn man in LOL Pimmelfresser heißt. Oh. Ja. Ich hab den als Freund mal gehört direkt. Ey, Alter, wo ist der? Wo ist der Scheiß Stream, Mann? Ich schütte ihn nirgendwo. Let's play noch was. Ich hab den nicht. Ich hab den nicht. Ich heiß, ähm, im Stream heißt ich Skausett Gaming halt. Ja, Skausett Gaming. Skausett Gaming. Wird das geschrieben? SKAOsc0. SC0. ZED. ZED. GAM. GRAN. 1. 1. NG. 1 DM. Ja. Äh. ZED. Ja, ja, jetzt ist das Part. Jetzt kommt er gleich wieder. Jaja, jetzt kommt er gleich wieder. Leider immer nur diese 20-Sekunden-Verzögerungen. Ja, weil man kein Internet hat. Achso, hab's gewonnen. Das wird so geil. Wow. NOOP! Wer verrückt! Vor allem, weil er vorhin... Ich glaub, du spielst ja LOL, gell? Ja, aber nicht so sehr. Vor allem, weil er vorhin glaub ich, das war auch noch der Timo. Und wer Timo spielt, um diese Uhrzeit. Warte. Weil ich hör grad alles doppelt, Alter, wegen dem Stream. Jess, Reed, Charly. Ich hör alles doppelt, Alter. Ich bin im Stream, yeah! ... ... ... URM, GESO EIN... Ja. Hallo. Ich rasier Dich gegen Dich, nicht auf meiner Vorhinein Hä, was war das? Das war nochmal der von Brasilien Ich mein, hat ihn gar nicht verstanden So Leute, ich mach jetzt mal die Musik aus, falls der Latten wiederkommt, damit man ihn versteht So, wie sieht das aus? Sweet Boy, come Sweet Sweet Ey, es kann sein, dass gleich einfach so ein Freund von mir reinschulden Warte, ich hab den als Freund von mir Ey, ich wurde letzt gedetost Ich sag, Oriana, die soll mich schilden und die schildet mich nicht Noch so ein Franzose, 12-Jähriger Ich hab ja nichts gegen Franzosen, aber Die machen ganz Leute kaputt Ich mag ja eigentlich Franzosen Ich mag ja eigentlich Franzosen Kein Stimmverzerrer, da hab ich Angst vor Aber da hab ich Angst vor Aber ich hab da Angst vor, was soll ich jetzt machen? Ich hab da Angst vor, was soll ich denn jetzt machen? Das ist für ne Kacke Ist das ein Zeichner für, dass du ein Illuminat bist? Ich rasiert, ich ging nicht durch Nee, tut mir leid, ich bin rasiert Oh, es ist nicht der Spaß von grad eben Ja, so ein Mädchen drin Ey, so ein Mädchen drin Ja wirklich, ja bin ich Hier ist sogar ne Freundin neben mir, sag mal was Dom-Syndrom-Kind 诶 Äh, äh, hh Äh, hh Alter, zitter ja ganz blind game-er Hauf ihr rum zu schlappern, das geht hier nicht Nimm dir ein Zimmer Ja, sieh, da redet mit dir auf Downsyndrom Ey, ey, nix ist ausdruck, Thomas! Hey Thomas! Lass den ab, rein doch in Ruhe, der kriegt noch ne Erektion gleich. Wer? Du, du Fresskind! Nein, ich bin Gillette von der Korre. Ey, ich find dich eigentlich ganz lustig, weißt du? Ich bin Gillette von dir. Nee, du nicht. Ich rasier dich gegen den Strich. Nee, schon mal neid. Da hab ich Angst vor. Warum wollen wir da lassen? Der hat wieder in der Rassung nötig gehabt, dass du ständig diesen Busch an. Da kann ich nur eine finden. Gibt's dir auch den Achselhaare an den Schwanz, damit du da mal Haare kriegst, ne? Nee, du vielleicht, aber ich weiß nicht so. Nee, das sag ich Felix. Das sag ich Felix. Deutsche, Pimmelkinder. Hey, wake up. Kein Franzose. Ich bin kein Franzose. Nicht du, ich mein Thomas. Ja, ja, ja. Was war das für ein Spaß? Der kommt hier rein, rastet aus mitten in meinem Stream. Der kommt. Wer ist wie du? Geh rein, sag dann irgend so'n Spruch und geht wieder. Willst du was dazu sagen auf Down-Syndrom? Eine Frau von mir kann please ein Down-Syndrom. Das ist weg. Echt? Hast du WhatsApp oder so? Yes. Gib mir mal nachher deine Mundnummer, damit ich dir das Video schicken kann. Das muss einfach auf YouTube. Spaß nimmt er erst. Okay, warte, warte. Ich lass das hoch. Ich lass das hoch. Ähm. Hast du das auch aufgenommen? Nein, nein. Ja, ich hab's auch. Schick mir das. Schick mir das. Ich will das auch aufnehmen. Hey, wake up. Wer stupst mich da an? Ihr Spaßchen. Hast du mich angestupst? Ja. Ja, du darfst das. Ich hab' mich so'n Streamern wie so'n behindertes Kind, wenn ich so'n mache. Ja, ich bin behindert. Sag's im Chat, ja? Ja. Ja. Drei Leute. Ja, was waren das eigentlich für... Singen, ähm, Spaßchen grad eben? Waren das kleine Junge oder waren das Mädchen? Äh, dieses Mädchen, dieses... Da war so'n Mädchen drin und so'n Thomas wieder von grad eben. Thomas ist dieser... Dieser... Ey, ich kenn' Thomas. Aber das ist er nicht. Thomas, komm' wieder! Thomas! Das war mitjinnokermillpresse, Alter. Waschloos. Du noch nie gesehen. Ich raussehe dich gegen den Strich, immer noch auf. Pissfresse, Alter. Waschloos. 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 Thomas, kann es sein, dass du behindert bist? Ja, er ist behindert. Waschlos! 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 Ungemütig. Aber man muss schon keine Hobbys haben, wenn man den ganzen Tag im PS rumhängt und... Waschlos! 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 Ich muss bei dem Wehrling und ich geb dem Video. Waschlos! 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 YouTube-Video Behinderte im F.S. Ja und was wird das jetzt? Hallo wer macht die Kacke? Ding wann tritt duıyorsun? Vladimir Weinberg. Ich hab den gekickt er regt mich auf. Bleist bei dir, Junge. bist du geworden wenn einer reinkommen wird werde ich den wieder kicken alter solche Inzuchtkinder brauchen wir hier nicht ist dir schon aufgefallen, dass auf Rotpulsfunktee nie ein Supporter ist? doch gestern war der Admin drauf ich hab mit dem gericht, der hatte aber irgendeinen Stimmverzerrer, der hat sich angehört wie ein 5-jähriges Kind auch schon mal schauen wir mal Fifa, ah nein ich hab noch nichts verfolgt sagst du noch was anderes außer LoL? ja, Fifa auf PC? PS3, PS4 oder Xbox Oder Xbox 1? ich hab das nur auf.. ich hab keine Konsole außer PC und Ding ja mag es nicht PC voll geile Konsole Hallo Burak Hi Sarah Hey du weißt schon dass ich als Freund markiert habe jetzt weiß ich nicht ganz hin wer du bist Ich weiß wer du bist Alter ich weiß wer du bist Askar Thomas Ich weiß wer du bist Alter Ich weiß wer du bist Ich rasiere dich gegen dich doch schon mal Ich weiß wer du bist Ich weiß wer du bist Ja ich bin deine Mutter und fick dich täglich in den Arsch Ich weiß wer du bist Ich bin dein Vater Du Pimmelberger Du Pimmelberger Du Pimmelberger Also weil wir Thomas so lieb haben Ich hab ihn gekickt Ey guckst du doch auf den Stream Cool das einfach weg geht Ne ich hab ihn gekickt Ey das wird ein ganz schönes Video Behinderte MTS Ey warte mal Wenn der jetzt noch lang genug nach dem LoL Game Find ich einfach seine LP raus Und dann weiß ich wo der wohnt Der wohnt Ey ich glaub der wohnt bei mir hinten Im Asylantenheim Ich hab ihn gekickt Ja Ey wenn er kommt mütet ich den einfach Ey guckt überhaupt den Stream Anscheinend schon Egal ich krieg die Shuba Ich bin letzter Platz mit nem Set von 12, 5, 8, 2, 3 Ich bin letzter Platz mit nem Set von 12, 5, 8, 2, 3 Oh, der ist ja immer noch und warte, ich entmute den mal wieder Kein Sinn krass Ich will auf YouTube, gib mir den Link Ich will auf YouTube Ich glaub der ist echt 12, kann das sein Gib mir den Link Ich will auf YouTube Sarah, du kleines Mädchen, musst du nicht zur Schule gehen So gemutet Ich müde dich jetzt einfach Passte mit dem Essen Muten Ich heiße Tim Und ich habe dicken Pinneln Du hast ne fette Fotze Ja Du Pittenfretter Du Pittenfretter Hast du meine Kräfte? Ja, ich zack meine Kräfte Aber ab und zu Ja Deine Mutter ist ne Fotze Ich schaue den mal einfach Ja ne, ey, warte, ich schaue den einfach wieder in LOL Heißt du kleine, 12-jährige Kinder, die kein LOL sagen können Endlich, Alter Ich hab keine Lust in die ganze Zeit zu kicken, das langweil ist langsam Also kickt er sich selber Okay Aber man muss schon hobbylos sein Oh nein, oh nein, nehmt die fette Fotze ein Oh ne, wenn die das jetzt haben, sind wir verloren Wir sind verloren Immer kriege ich so 12-jährige Franzosen wie Thomas Und das einzige was er sagen kann, ist Pümmelberger Ja, aber echt Gell Thomas, wenn du den Streamplatz guckst O-M-G 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 Das Team Das Schwuchtel Ich mach' gut zum Streamloader Kommt Triple Jetzt nimmt die Kacke ein, nimmt die Kacke ein Einer runter Alle meinen... Hey Verpiss dich mal, du kleine Schwuchtel Und lern erst mal Deutsch Ich bin immer da Immer Deine Mutter ist immer da User was kicked out of your channel Habt ihr jetzt einfach gemutet, Alter Ja, ich bin immer noch... Immer noch Für immer Ja Ja Kommt da Hohenbeck Das wäre so Ich kann ja Hecker Lounge Ich kann ja Ich kann ja Ich kann ja Hohenbeck Ich kann ja Hohenbeck Hohenbeck Die Duell Play Yo Bekifte Leute im TS und so Das war's In dem Stream Ja, heute Das war's Das war's Ich kann ja Ich kann ja Ich kann ja Egal Ich hab ja gemutet Ich entnut'n mal kurz Damit wir ein schönes Ende vom Let's Play haben Du kannst nur verlieren Abonniert alle t.jags Danke Du kannst nur verlieren Okay, das war das Ende vom Let's Play Jetzt sag ich euch mal so, ich verliere, ich verliere, weil ich nicht Ich Timo's gehatet Warum hättest du Timo's Man hättet was Es ist stress Oder was Das heißt, rap, du Arschgeil Du Nur verlieren Weil du scheiße bist Gib mir den YouTube Link Ich will den YouTube Link Gib deiner Mutter einen Arsch, weg mehr nicht Naja Naja Ja, also ich kick den jetzt noch kurz Ja, das war's Jesus is kicked out of your channel